Moin, moin meiner Tiefenfreunde Ratet mal wer hier ist, einmal, Hero Gamer Hallo Äh, Khan Was geht ab? Bruder du Fischkopf-Alepp, bleib doch mal ruhig Schix Ey Schix, holm, hör doch auf, Depp zu machen Ey Schix, Bruder, du bist doch Apo-Klang, ja? Ähm, ja Bruder, sag Apo-Reit von mir Sag, der kriegt eine Schelle, wenn der nicht seinen Creator-Code löscht, tamam Sag, der soll seine Schuhe verkaufen, dann kann der sein Geld sparen Leute, heute spielen wir eine Map, die gibt's in Kreativ-Modus Und zwar, das ist so ein Tornado, da kommt so Mercedes und so runter Die ganze Zeit auf euer Kopf und so Das spielen wir jetzt Schix, Hero Gamer und Turan und ich Wir spielen das jetzt Ah ja, noch was Ich hab jetzt, äh, Twitch, Leute Twitch, äh, it's asi.tv-Twitch Warte Ey Bruder, seid mal leise, Mann, ihr macht mein Ohrgapet, Mann Okay, wo ist die Map, ey, die ist so Bruder, mein Cape ist voll geil Hero Gamer, du schreist mein Ohrgapet Entschuldigung Oh Ey, der, warte Oh, Alon Okay, wartet, wartet Kommt mal her, noch nicht runtergehen Bruder, ich muss erstmal spielen starten, warte Starte, aber noch nicht runterspringen So, kommt her neben mir Komm her, schick's ohne so machen, ihr müsst stehen Bruder, warte, Karl, ich hab eine Frage, Bruder Was denn? Bruder, warum, du bist doch ein Fisch, warum hast du einen Fisch als Hacke, Bruder? Das ist doch Kannibalismus Ich hatte keinen Warnung, Bruder Hey, Hero Gamer, Hero Gamer, wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du? Sag, wie heißt du? Hero Gamer Und wie heißt dein Skin? Äh, Karas Oma Olu Also, der Erste, der oben ist, bekommt von mir Äh, Bruder, was soll ich euch geben? Bruder, 15.000 Liebats Bruder, 5.000 Euro Habe ich Geld an meiner Räumen? Nein Ihr kriegt gar nichts an meiner Der Erste, der gewinnt, der kriegt von mir Ein Händedruck Der Erste, der oben ist Eins, zwei, drei Los geht's Allah 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 Ah 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 Nein Nein, nein, nein Ah Ah Olu Olu Olu, ich sterbe Allahum, Yarabbim Geht mal weg, Mann Ich hab ein Auto, ich hab ein Auto Oh mein Gott Ah Ey Leute, ich werde es schaffen Ich werde es schaffen, ich werde es schaffen Kahn Olu, miau Ah Bin ich Gummibärchen Ich bin fast gestorben Ey Bruder, ich schwöre, ich bin einfach fast gestorben, Mann Diese Eis So Wie macht das, ich spielte Ja, Olu, warum rutscht das so hart? Ey, Kahn Heute 100% 10 Minuten, gell? 10 Minuten, Bruder Ja, Bruder, ja, ja, klar, Mann Okay Olu, miau Ich rutsche die ganze Zeit runter, als wäre ich, Bruder Als wäre ich gut rutsch ins neue Jahr Kölner Silvesternacht Aha Arabe gelie, Arabe gelie Oh Ey, ich bin im Auto Bruder, Bruder, ich komm rein Ich komm rein Ja, 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 warte Lann, das Auto fährt nicht hoch Das fährt nicht hoch, Bruder Warte, warte, ich mach da Band hier, Bruder Ich mach da Band hier Mach Aha, es geht Juch Schnell, Liga, schnell Lann, das rutscht weiter Juch, Olu, dur, dur, lan Araba, hier Allah Warte, was ist das Olu? Nein Nein Ey, ich rutsch wieder Olu, was passiert mit mir? Ey 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 Ich bin zu bald Leute, Modus hat nicht mehr gebockt Lass mal ein bisschen Squatch spielen, Arminaroy Ich brauch bisschen Geld, lass 10 Minuten machen Ey, ihr hört doch Ihr hört doch mein Kommando Arminaroy Habt ihr verstanden? Mein Kommando Ich bin jetzt Engelgesicht, okay? Hört mal zu Ey, wir müssen jetzt den Sieg machen, ja? Ich hab nicht einen Sieg gemacht bei meinen Videos Vielleicht ein Okay, eine vielleicht bei Ulla Story Bruder, die wissen nicht mehr, wie man Wände baut und du willst einen Sieg haben Das kriegen wir hin, Junge Ey, Junge, ich hab dich erstört in einen Einzelnen Ja, komm, ey, Bruder Lass mal mal keine Scheiße hier wieder Du erzählst mir nur Du erzählst mir nur Du erzählst mir nur Ich hab normaler Ding Fortnite YouTuber Okay, los So, Leute, wir sind jetzt bei Wir sind jetzt bei Wo sind wir gelandet, Bruder? Wie heißt das hier? Das muss auf jeden Fall Ja Ey, Magic Juhu Ey, Kat Ich frag dich jetzt Sachen und du musst so machen oder so Okay, los Okay, okay Bleib stehen Okay, ich frag dich jetzt Sachen und du musst verantworten Magst du Magst du Hamse? Nein, ohne so Du musst so So Magst du Hamse? Bruder, du bist doch ein Fisch Du Fisch Seit wann? Warte, mach mal irgendwas witziges Okay, was geht ab, Leute? Hier ist jetzt AssiTV Heute spielen wir eine Runde Squad Auf der Wir sind grad auf der dicken Insel hier vorne gelandet Bruder, schreit doch nicht, Mann Chill, 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 chill Seid ihr euch sicher? Seid ihr euch sicher? Was? Fisch Man, rein, rein, rein Ja, Bruder Nein, neunjähriger sollte kein Flugzeug fliegen Ich steig raus Ey Ey, gib mal so einen Ey, warte mal Gib mal so einen Den gibt es mir Gibt es mir Warte Oh, ich bin Weihnachtsmann und Coca-G G Ey, Bruder, ich kann tanzen Guck mal Ey, warte, guck mal Guck mal Ey, komm her Komm her, Bruder Lass Komm mal hier runter Oh, Zone, Zone Steig ein Steig ein Steig ein Holt mich ab, holt mich ab Nicht dessen Ich hab sogar Ticket Ey, ich hab Ticket gekauft, Mann Harte, Harte Lass ihn ein Steig ein Allem, steig ein Geht nicht Ah Ey, aber seid ihr sicher, dass ihr das biges Augenbrauen so misshandeln wollt? Ja, 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 ja Ja, wir haben es geschafft, Bruder Warte Ja Ja Schicks, tanz mal, Bruder Motto, der ist Disneyland Diese Ding Wir besuchen meine, wir besuchen meine Oma ein Ding, äh, Köy Da vorne Deine Oma ein Köy, Bruder Hier, Bruder Hast du Geschenk aus Deutschland mitgebracht? Wie hast du einfach so, dass du dein Oma ohne Geschenk oder was, Bruder? Bruder, wir haben doch ein Flugzeug mitgebracht für... Okay, stimmt, Bruder Denkst du, sie kann fliegen? Juch Ey, Bruder, jemand hat dieses Dorf angegriffen Steig ein, Bruder, das ist schon verlassen Ich will der Allerbeste sein Wie keiner von mir war Bruder, Pegasus Wallah, ich flieg nie wieder mit Pegasus Das ist so ekelhaft Ja, Wallah, SunExpress Beste SunExpress ist auch ekelhaft, Bruder Nein, was darf ich sagen? Ich mein türkische Airlines Ich mein türkische Airlines Ich mein türkische Airlines Er sagt SunExpress Ich nehme einen Aydan Aydan, Bruder Aydan, Aydan Oh, es gibt Aydan HeroGamer, wenn du schreist, mein Ohr geht kaputt, weil du schreist richtig laut, als ob du ein Meme bist Was ist ein Meme? Das ist, wenn da diese Witze sind und danach kommt so Da 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 Hey, hilf ihn mal Bruder, leg mich nicht Ich will meine Hände nicht so fettig machen. Bruder, hör doch auf damit, Bruder. Meine Mutter bringt mich um, wenn sie das Video sieht. Ja, Bruder, gib ihn. Seid mal ehrlich. Sieht der jetzt Spaß beiseite? Sieht das am Anfang nicht so aus? Ihr kennt doch Gebet, wenn man doch Gebet anfängt. Seid mal ehrlich, ist das nicht so? So, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Okay, setzt euch hin. Wahrheit oder Pflicht? Energy, wahrheit oder Pflicht? Äh, wahrheit. Bist du schwul? Das ist so genau. Das ist, warte, stehst du, magst du Männer? Magst du Sucuk oder magst du lieber Pfannkuchen? Äh, Sucuk. Oh, 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 oh. Schuss. Ih, warte, 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 Hero Gamer, magst du Männer? Meine Freunde, ja. Okay, egal. Das ist ganz falsch gerade. Kann, Wahrheit oder Pflicht? Oder Wahrheit. Ich liebe die nicht. Bist du, willst du gerne mal zu Hamzy verarbeitet werden? Ey, Schicks, wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Würdest du, um in den Apo-Clan zu kommen, Red einen blassen? Oh, was? Ey. Ey. Leute, zum Kanal von Kanturang kommt ihr in Videobeschreibung und auch von Hero Gamer und von Schicks. Das war's mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich werde jetzt auf jeden Fall überfreundlicher sein. Und, Leute, wie gesagt, beim Itemshop, ich habe mir auch schon eine Sache gekauft. Und zwar, so fertig habe ich mir gekauft. Das natürlich mit dem Code MEGITOMAMIFLOW. Und, Leute, ich kann euch nur empfehlen, kauft euch mit meinem Code, dann kriegt ihr auch etwas zurück. Ey, Bruder, warte mal, ich habe jetzt... Warte mal, ich habe was gekauft, Bruder. Ich muss das wieder rausholen. Das will ich nicht haben. Guck mal, das ist alles diese Fischseinschuld. Guck mal, dieser Blick ist schon gefährlich, Bruder. Hätte ich noch? Ja, Bruder, mach weiter dein Depp. Das geht an dich, Bruder. Siehst du das? Bismillah. Das geht an dich, Bruder.